Musik Literatur ist auch für uns wichtig. Literatur ist das Wissen aller Welt zusammenzufügen oder einfach unterhalten. Und deswegen machen wir das heute. Wir sind Portrait Slam. Mal was anderes im Kopf zu haben als die Sorgen der Welt. Musik 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 Also der Portrait Slam war grundsätzlich meine Idee, den im Jugendforum Hotschab zu veranstalten. Wir haben das Ziel gemacht, weil es auch andere Jugendliche gibt, die Dinge erzählen wollten, diverse Themen oder Sachen loswerden wollten, nämlich in sich reinfressen wollten. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.